einen wunderschönen samstag auf meinem kanal ja mein neues thema dreht sich um chronische handicaps und erkrankungen viele fragen sich was sind chronische erkrankungen sind die die erkrankungen die nicht mehr weggehen die bleiben für immer ja ob es schwere depressionen sind oder probleme mit der bandscheibe mit dem rücken ja da gibt es verschiedene erkrankungen ja und diese kranken gehen auch nicht mehr weg oder bestimmte menschen haben spastik der eine mehr der andere weniger weil oder ms da ist ja gibt es auch verschiedene stufen bei dem einen sieht man es nicht bei dem anderen sieht man es dann schon der sieht zum rollstuhl oder er kann sich nicht mehr bewegen ja und bei mir ist auch so ich habe eine leichte spastik die sieht ein laie nicht an therapeut therapeutin oder ein arzt oder eine ärztin dann schon ja aber ich habe so den eindruck die letzten jahre und letzte zeit es ist so irgendwie ein wettkampf wer ist wer hat mehr in behinderung wer hat mehr handicap ja und für viele ist eine behinderung oder eine chronische erkrankung nur das was man auch sieht ja aber man kann doch nicht jede krankheit sehen im gesicht oder im körper ja das ist halt so und chronische erkrankte oder menschen mit behinderung haben gelernt zu spielen es weg zu spielen oder lieber mir ist weg zu lächeln ja ich habe das jahrelang weggelächelt ach nee ich habe nur burnout oder nein ich bin gesund mir geht es super nein mir ging es aber nicht super man lernt es aber zu sagen ja und wenn ich dann nachrichten kriege von menschen die meinen sie sind arzt oder sie sind ahnung was was besseres oder gotts ja stell dich nicht so an so schlimm ist es doch nicht du bist nur faul ja also ja also es gibt ja so viele blocker mit krankheiten ja wir sind nicht faul ja wir zeigen bloß uns vor der kamera und wollen erzählen und zeigen was diese krankheiten sind das ist doch kein sechser im lotto ja wir haben uns doch doch selbst nicht rausgesucht ausgebälte die sind nicht mehr arbeitsfähig ja ich bin auch nicht mehr arbeitsfähig und wollte ich das nein niemand will das und wenn ich dann so nachrichten lese ach laber doch mal was anderes ja du bist eine memme oder ich grab dich gleich in den grab geht es noch geht das noch ja also niemand ob es mein video blog ist oder von anderen auch deren video blog oder ein schreibblock den man schreibt etc ja niemand zwingt doch einen unsere beiträger anzuschauen niemand ja aber das einzige was die leute dann können drauf 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 beleidigen 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 das sind dann die menschen die mit sich selbst nicht mehr gar nicht im reinen sind ja und und andere mein kaputt zu machen das geht natürlich ganz einfach im internet ja aber egal wer es ist ob es auch menschen von früher sind ich mache mein blog nicht weg nein ich werde weiterhin jeden samstag über psycherkrankungen über behinderungen reden ja weil ich verdiene mit kein geld ja ich mache das für mich als therapie und um betroffene und betroffene mut zu geben ja vielleicht auch darüber zu sprechen oder auch menschen die angst haben zu ihrem arzt zu gehen zum neurologen zu gehen das ist nicht kein schlechtes unterfangen das zu tun ja ich habe auch jahre gebraucht oder sehr lange gebraucht um mich zu trauen zu einem facharzt zu gehen oder darüber zu sprechen das ist nicht einfach niemand sagt dass es einfach ist aber wenn man dann meint stell dich nicht so an ja du willst du bloß auf die behinderten schiene nein ich bin seit geburt schwerbehindert ja seit geburt aber viele meinen heutzutage immer noch behinderung gleich man hat da oben nicht mehr alle latten am zaun oder man ist nicht mehr ganz dicht da oben nein das ist auch bei psychischen erkrankungen viele meinen depression oh gott du musst in die klinik und am besten sich noch einsperren lassen dieses gedankengut das hatten wir mal vor jahrzehnten ja das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr oder ich habe manchmal immer noch den eindruck dass das in viele körper noch so drin ist ja also unter schmerz wenn sie mit chronischen chronischen schmerzen ja die wenn auch belächelt also es muss noch viel geschehen in köpfen ist meine meinung es muss doch viel geschehen und menschen die meinen einen kaputt zu machen zu moppen von diesen menschen die auch vielleicht menschen haben in der familie oder freundeskreis tut euch von denen entfernen das bringt nichts ja die tun euch nicht gut die werden euch nie gut tun weil sie nicht verstehen nicht jeder versteht einen ja aber dieses ausspielen von chronisch erkrankte und chronisch erkrankte oder behinderte behinderte oder dann tut man lernbehinderten ausspielen gegen eine depression weil weil es gerade so ist hey das ist doch kein wettlauf chronische erkrankungen oder behinderungen sind doch kein wettlauf mit dem und dem ja wir sind alles menschen menschen mit gefühlen ja aber ich bin froh auf bestimmten social media kanälen auch betroffene kennengelernt zu haben und die mir folgen ja aber dass wir das nur machen um geld zu verdienen vielleicht gibt es welche die nur geld damit verdienen wollen ich verdiene an diesem video blog nichts ich mache das wie gesagt um arttherapie für mich zu machen und um betroffene auch vielleicht zu helfen das habe ich letzten jahre schon getan so das war es dann wieder heute von mir heute mein eigentlich ein ganz anderes thema und ich hoffe ich konnte euch das thema heute auch wieder nahe bringen ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes wochenende bis nächste woche zu meinem nächsten video macht's gut bis dann ciao ciao